Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Key Lime Pie, Limettenkuchen. Ein Key Lime Pie ist der Staatskuchen von Florida, seine Füllung besteht aus Limettensaft, Eigelb und Kondensmilch. Entsprechend gibt es nicht nur zahllose Rezepte, sondern auch viele amerikanische Experten, die genau sagen können, wie ein Key Lime Pie schmecken muss. Dieses Rezept ist eine Abwandlung eines recht bekannten Rezepts und basiert auf meinen Vorort-Geschmackserfahrungen. Der Kuchen ist nach der echten Limett benannt, die auf Englisch Key Lime heißt, da sie auf den Florida Keys wächst. Für 8 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Teig 250 Gramm Butterkekse 250 Gramm Butter 2 Esslöffel Honig Zutatenfüllung 800 Gramm Gezuckerte Kondensmilch 4 Eigelb 200 Milliliter Limettensaft Entweder frisch gepresst oder fertig Folgende Utensilien werden benötigt. Springform O 26 cm Zubereitung Teig Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen Form mit Butter einfetten Auch der Rand innen muss eingefettet werden. Butterkekse zerkleinern, bis die Krümel fast die Konsistenz von Zucker haben. Dazu kann man die Kekse in eine Plastiktüte legen und mit einem Nudelholz bearbeiten. Alternativ kann man dazu auch eine elektrische Reibe einsetzen. Butter schmelzen lassen. Honig mit der flüssigen Butter vermischen. Die Kekskrümel mit der Butter vermischen und in die Form geben. Dabei einen ca. 3 cm hohen und dünnen Rand ausformen. Darauf achten, dass der Boden gleichmäßig dünn ist. Zirka 8 bis 10 Minuten bei 175 Grad Celsius backen. Füllung Eigelb schlagen, bis sich eine hellgelbe Farbe einstellt. Die gezuckerte Kondensmilch mit dem Eigelb vermischen. Limettensaft unter die Creme rühren. Pie Backofen auf 175 Grad Celsius belassen. Füllung in die vorgebackene Teigform geben. Pie wieder in den Backofen schieben und 20 bis 25 Minuten bei 175 Grad Celsius backen. Pie aus dem Ofen holen und abkühlen lassen, danach über Nacht in den Kühlschrank stellen. Als Beilagen eignen sich Schlagsahne Diese Varianten gibt es. Man kann den Pie auch mit einem Beiser krönen. Oder nachträglich mit Limettenscheiben dekorieren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Die Zubereitung Die Zubereitung